Leo gemalt. Der sitzt hier gerade auf dem Mond und schaut in die Sterne. Süß sieht der aus. Vielen Dank, das sind tolle Bilder. Hallo, lieber Stern. Und dir danke ich auch für dieses Bild. Ciao. Es kommt vom Bruno. Ui, der ist erst 22 Monate alt und kommt aus Seligstadt. Schaut mal, so sieht der Bruno aus. Boah, hat eine große Biene Maya dabei. Und er hat uns hier ein Frühlingserwachen mit Eulen und Fröschen gemalt und gestempelt. Vielen Dank, Bruno. Und für dich gibt es nun noch das Geschenk aus unserer Schatztruhe. Oh, wow. Guck dir das an. Du bekommst von Biene Maya dieses Bowling-Set. Da wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Spielen. Mensch, von meinem Tag auf der Wiesin habe ich euch übrigens auch noch etwas mitgebracht. Genauer gesagt, ich habe es meinem Teddy mitgebracht. Ich habe nämlich ganz viele Gänseblümchen gepflückt und tata-tata-tata, daraus eine hübsche Blumenkette gemacht. Oh, allerdings sind die jetzt alle schon total verwelkt. Heute Nachmittag sah die Kette noch super schön aus. Ja, manche Dinge halten eben nicht ewig, aber ich pflück morgen einfach neue. Das mache ich. Also, euch jetzt viel Spaß, John Sandmann. Gute Nacht und schlaft schön.